Musik Woher kriegen Länder ihre Namen? Oft ist der Bezug einfach zu einem ehemals vorherrschenden Volk herzustellen. Nach England kamen im 5. Jahrhundert die Angeln und heute spricht man dort Englisch. Im frühen Mittelalter gründeten die Polanen östlich der Oder fleißig Städte und heute sprechen dort die Polen in Polen polnisch. Westlich des Rheins begannen die Franken um 800 ein gewaltiges Reich zusammen zu erobern, das heutige Frankreich. Und was ist mit Deutschland? Hm, das sieht noch komplizierter aus als normale Geschichte. Wie heißen denn die größten Gebiete? Bayern, Böhmen, Schlesien, Pommern. Nichts davon klingt sehr nach Deutsch. Also woher kommt dieser verflixte Name? Sehen wir uns nach Hinweisen um. Unsere zahlreichen Nachbarn haben ganz unterschiedliche Bezeichnungen für Deutschland. Die Slaven nennen die Deutschen die Stummen. Sie, die slawischen Völker, konnten sich untereinander halbwegs verstehen. An der Oder war es mit diesem Verständnis vorbei. Ansonsten stoßen wir in dieser bunten Sammlung tatsächlich auf die Namen von Völkern, die auch mehr oder weniger mit der deutschen Geschichte zu tun haben. Sachsen, Alemannen, Germanen. Ausschlaggebend waren diese aber auch nicht. Weder als Wortstamm noch als Volk. Moment. Es gab doch irgendwann einmal die Teutonen. Die klingen, als hätte sich das Wort Deutsch von ihnen abgeleitet. Das stimmt. Die Teutonen zogen 120 vor Christus nach Süden, um neue Siedlungsgebiete zu finden. Aber schon 20 Jahre später wurden sie vernichtend besiegt und so entweder erschlagen oder verstreut. Und während die siegreichen Römer davon ausgiebig berichteten, erwähnten sie die Teutonen später mit keinem Wort mehr. Woher kriegen Länder ihre Namen? Oft ist der Bezug einfach, zu einem ehemals vorherrschenden Volk herzustellen. Nach England kamen im 5. Jahrhundert die Angeln und heute spricht man dort Englisch. Im frühen Mittelalter gründeten die Polanen östlich der Oder fleißig Städte und heute sprechen dort die Polen in Polen polnisch. Westlich des Rheins begannen die Franken um 800 ein gewaltiges Reich zusammenzuerobern, das heutige Frankreich. Und was ist mit Deutschland? Hm, das sieht noch komplizierter aus als normale Geschichte. Wie heißen denn die größten Gebiete? Bayern, Böhmen, Schlesien, Pommern. Nichts davon klingt sehr nach Deutsch. Also woher kommt dieser verflixte Name? Sehen wir uns nach Hinweisen um. Unsere zahlreichen Nachbarn haben ganz unterschiedliche Bezeichnungen für Deutschland. Die Slaven nennen die Deutschen die Stummen. Sie, die slawischen Völker, konnten sich untereinander halbwegs verstehen. An der Oder war es mit diesem Verständnis vorbei. Ansonsten stoßen wir in dieser bunten Sammlung tatsächlich auf die Namen von Völkern, die auch mehr oder weniger mit der deutschen Geschichte zu tun haben. Sachsen, Alemannen, Germanen. Ausschlaggebend waren diese aber auch nicht. Weder als Wortstamm noch als Volk. Moment. Es gab doch irgendwann einmal die Teutonen. Die klingen, als hätte sich das Wort Deutsch von ihnen abgeleitet. Das stimmt. Die Teutonen zogen 120 vor Christus nach Süden, um neue Siedlungsgebiete zu finden. Aber schon 20 Jahre später wurden sie vernichtend besiegt und so entweder erschlagen oder verstreut. Und während die siegreichen Römer davon ausgiebig berichteten, erwähnten sie die Teutonen später mit keinem Wort mehr. Woher kriegen Länder ihre Namen? Oft ist der Bezug einfach zu einem ehemals vorherrschenden Volk herzustellen. Nach England kamen im 5. Jahrhundert die Angeln und heute spricht man dort Englisch. Im frühen Mittelalter gründeten die Polanen östlich der Oder fleißig Städte und heute sprechen dort die Polen in Polen polnisch. Westlich des Rheins begannen die Franken um 800 ein gewaltiges Reich zusammen zu erobern, und das heutige Frankreich. Und was ist mit Deutschland? Hm, das sieht noch komplizierter aus als normale Geschichte. Wie heißen denn die größten Gebiete? Bayern, Böhmen, Schlesien, Pommern. Nichts davon klingt sehr nach Deutsch. Also woher kommt dieser verflixte Name? Sehen wir uns nach Hinweisen um. Unsere zahlreichen Nachbarn haben ganz unterschiedliche Bezeichnungen für Deutschland. Die Slaven nennen die Deutschen die Stummen. Sie, die slawischen Völker, konnten sich untereinander halbwegs verstehen. An der Oder war es mit diesem Verständnis vorbei. Ansonsten stoßen wir in dieser bunten Sammlung tatsächlich auf die Namen von Völkern, die auch mehr oder weniger mit der deutschen Geschichte zu tun haben. Sachsen, Alemannen, Germanen. Ausschlaggebend waren diese aber auch nicht. Weder als Wortstamm noch als Volk. Moment. Es gab doch irgendwann einmal die Teutonen. Die klingen, als hätte sich das Wort Deutsch von ihnen abgeleitet. Das stimmt. Die Teutonen zogen 120 vor Christus nach Süden, um neue Siedlungsgebiete zu finden. Aber schon 20 Jahre später wurden sie vernichtend besiegt und so entweder erschlagen oder verstreut. Und während die siegreichen Römer davon ausgiebig berichteten, erwähnten sie die Teutonen später mit keinem Wort mehr. Und während die siegreichen Römer davon ausgiebig berichteten,